Wunderschönen Freitag, willkommen zu einer neuen Folge Town of Salem Ranked. Einige Leute sind aus der letzten Runde dabei und wir spielen als Jailor. Wir haben immerhin unsere Town-Rollen bekommen, da bin ich zufrieden. Ja, hoffentlich leben wir diesmal länger und hoffentlich brauche ich keine Scheiße für die meisten Jailor in der letzten Zeit. Aber ich werde mein Bestes geben natürlich, wie immer. Ein bisschen Carl Dupree aus Light to Me. Und wir nehmen einfach mal Blessernacht 1 mit. The Jailor, Night 1, Blesser, alle Snoobs, Assamutti, hey, oh, please. Doc, oh, bitte, Keines, Kay. Ich werde ihm nicht meinen Namen sagen, bin doch nicht blöd. Ich hoffe, es hat doch nicht jedem der Herr gelaufen und du, ja, übrigens, ich bin der Jailor. Hahaha. Nein. Okay. Schon mal, Keine ist Kay, das ist in Ordnung. Doc ist tot. Der Doktor. Lief doch direkt das Spiel wegen ebenfalls tot. Und der Veteran hat gekillt. Oh. Hoffentlich beide Mafia. Doc the Vampire Hunter. Wäre sehr interessant, weil damit Random Town und Annie confirmed wären, aber er war Witch. Schön gemacht. Und Kill Note gab es nix. Das heißt, nur er kennt ihn. Ah. Vegan kennt auch den Veteran. Das sind nur die Claims. Und der Mafia so down. Schön gemacht, Veteran. Sehr, sehr gut. Doppelkill, Night 1, ich glaube, es ist einer von denen hier. Eventuell Eric Schuhn. Man weiß es nicht. Wir wissen halt nicht, wer der Veteran ist. Das ist ein bisschen unschön. Da wäre die Kill Note jetzt ganz gut gewesen. Gerade nach der Toten Witch hätten sie es vielleicht reinschreiben können. Nehmen wir einfach mal. Ja, das kann halt eine Lüge sein. Ui doi, kann eine Lüge sein. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Wir nehmen einfach mal die Womit mit. Mich interessiert mal, was die Kotze so in Rolle ist. Womit. Oh, I was doused. Dann will ich ihn eigentlich nicht haben. Nehmen wir Subaru. Ja. Nehmen wir Subaru. Subaru. Hey. Wow, please. Oh. Nice. Das hat er vorbereitet, also glaube ich das. Subaru Medium. Damit nehme ich das auf jeden Fall schon mal safe vor. Alles klar. Ich vertraue ihm jetzt sogar. Sehr gut. Varus. Second. Medium. Wir halten das mal fest. Ich dachte gerade, ich wäre tot, weil mein Name da so stand. Hier oben links. Ich dachte gerade, warte, ich bin doch gar nicht gestorben. Warum nicht in der Carl Dupree? Der Veteran hat schon wieder gekillt. Are you kidding me? Wow. Wie entlieft? Es ist nicht unbedingt ein Suicide. Ich hätte ihn halt niemals besucht, ehrlich gesagt. Weil, ähm, warum sollten sie hingehen? Wommelt. I'm the damn random mafia. Gut, damit ist der raus. Und damit, ähm, glaube ich den auch ehrlich gesagt. Ja, Wommelt hat gesagt, dass er random mafia ist. Lass ihn uns erst mal loswerden. Ich nehme, äh, Watt mit. Ist doch viel einfacher. Watt. Aufgrund der Vorbereitung traue ich ihm, was das angeht. Und das könnte eine echt kurze Runde werden. Nuschwe-Liebel ist tot. Von daher, unwahrscheinlich. Wäre Annie. Grandpa Rick ist der Veteran. Könnte halt auch eine Lüge sein. Da muss man immer aufpassen als Spy. Ja, und das klämt ja quasi Sarah gerade. Schauen wir mal, was Watt sozusagen hat. Jester ist unwahrscheinlich. Hier sieht man, Watt war einer von uns. Hey. Wow, please. Hast du was zu sagen, Watt? Doktor. Alles klar. Kann sein. Wir halten das mal offen. Sterben werde ich nicht, es sei denn Annie Mafioso. Unwahrscheinlich. Von daher habe ich jetzt hier ein bisschen Zeit. Wenn keiner gedaußt wurde, ist es ganz cool. Oh. Der Veteran hat gekillt. Macht der echt hier ein perfektes Spiel? 5 von 5? Macht der ein 5 von 5? Ja. Einfach nur sensationeller Veteran. Weltklasse. Wow. Sensationell. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Sensationelles Ding vom Veteran. Der hat aufgegeben. Der Arson ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim nächsten Mal dabei. Bis dann, noch einen schönen Tag und ciao, Leute.